Jetzt krieg ich ein bisschen. Du bist ein toller Akkert, jetzt denkst du. Oh ne, die. Du hast doch schlimm husten, ne? Ich hab gerade keinen Tee hier. Aber wir machen noch drei Hunde und dann fahren wir nach Hause und dann machen wir wieder einen Troll. Und dann machen wir wieder einen Troll.